Guck mal, da siehst du mich. Siehst du mich? Warte mal. Warte. Oh ja, da unten bist du. Warte. Hier. Ich bin's. Hallo. So, ich schreibe mir mein Tagebuch in. Oh, wir sind nebeneinander, glaube ich. Ich bin 48. Hey, ihr bist ein Nachbar. Yay. Das komische Nachbarskind ist da. Hallo, Anni. Wollen wir mal zusammen spielen? Spiel doch mal mit dem Nachbarskind. Mensch, das ist ganz nett. Hallo, ich habe ein neues Kartenspiel bekommen. Hab zu Ostern einen City-Roller. Wollen wir damit fahren? Du darfst zugucken. Gewalt anhängen, ihr Gehör verbessern. So Bitschle. Oh, oh, der kriegt richtig Stress. Der kriegt richtig Stress. Der kriegt richtig Stress. Der hat verkackst. Oh, der kriegt richtig Stress. Oh mein Gott. Fängesbetten sind toll. Da kann man mal so hoch und runter knipsen. Hochfahren, runterfahren. Geil. So Krankenhausbetten auch, ne? Ja, mega. Ich liebe das, Alter. Schön Beine hoch machen. Ja, chillig. Schön Körper in V-Formation bringen. Geil. Mein Liebz. Was mache ich hier? Hey, kannst du jetzt kommen und dich hier hochdrücken, so? Ja. Räuberleiter. Ich dachte, was kackt er da in die Ecke? Ja, du darfst jetzt mal suchen, ob du da ne Öffnung findest. Chillig. Wo ist denn hier der Eingang? Ja, hier. Ja, ist kein Thema. Ich spring gern in die Scheiße. In Swimmingpool. Baden gehen. Bist du so ein Mehrgänger? Oder Schwimmbadgänger? Ach nee? Hm, waaah. Gestorben. Bitte? Ich habe gefragt, ob du so ein Schwimmbadgänger bist. Nee. Ey, mal. Warte mal. Geh du mal vor. Geh du mal vor. Alter, ich sehe einen Scheißdreck. Umdrehen. Ach nee. Du musst an mir vorbeilaufen. Andererseits denke ich mir so, wenn ich einen Mann hätte, der irgendwie Leute umbringt und dann in den Fängnissen, dann würde ich mir auch denken, fick dich, ne? Ach, ich finde es eigentlich mega chillig. Schon heiß. Männer, die töten können, ne? Voll mega. Männlich. Männlich. Dann willst du, Chad, bitte, bring jemanden um. Geh du bald wieder. So süß. Anni, was findest du eigentlich an Räuberleiter so süß und immer unbequem? Ich finde das so niedlich, oh mein Gott. Es ist immer unbequem. Der eine ist auf den Schultern, der andere mit den Dreckschuhen. Oh, ich bin da jetzt so und bin so. Oh nein. Ich muss. Okay, ich muss dir helfen kurz. Und ich stehe hier so und gucke so, ey. Yo, ey, Vincent, ey, please, 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 please help, Vincent, please. Oh, das gefällt mir auch schön. Auf die ganzen Länder würde ich doch bereisen hier. Und, und bist du Mahit? Was, du bist ja... Schön in den Matsch rein, perfekt. Arm gebrochen. Arm gebrochen, Bein gebrochen, alles gebrochen, tot. Angeschossen worden. Haben die uns jetzt nicht gefunden. Als ob. Okay, ich nehme den linken, okay? Okay, drei, eins, zwei, okay. Das hat noch nie jemand sucht. Ungünstig. Hey, ich habe doch draufgedrückt. Hä? Nein. Okay, nochmal. Wir haben auch super gut runtergezählt. Zwei, ein, okay, go. Ich mache wieder links. Wir zählen jetzt richtig. Okay, wir machen... Wir bleiben bei eins. Okay, ich mache drei, zwei und bei eins killen wir, okay? Drei, zwei, eins. Nein. Scheiße. Wobei, ich glaube, Auto ist cooler, oder? Ich weiß es nicht. Also, Typ auseinandernehmen und dann mit dem Auto wegfahren, klingt schon cooler für mich. Kannst du gut fahren? Nö. Ich auch nicht, perfekt. Move, move, already. Versteck mich, ja, ich versteck mich. Oh. Oh, wir hätten nicht überfahren sollen. Oh. Anni. Ich dachte, ich dachte, wir überfahren die einfach. Wir scheißen aber drauf. Wir töten einfach Menschen. Ich habe mich doch extra versteckt, um unauffällig zu sein. Vor allem, du hast ihn angefangen mit so zehn. Anni. Weg hier, weg hier, weg hier. Das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Ich schwöre ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Uff, Alter. Das wäre ich dir jetzt gefallen. Also, bei mir hat es eben besser funktioniert, wenn ich einfach eher so stehen geblieben bin. Goddamit. Und, äh, die Fische dann so hinge... Dann, dann zu mir kamen. Das ist nicht schlecht. Alter, first try, fick dich. Oh mein Gott. Das ist ja sowas so unfair. Lass uns hier jemanden umbringen. Let's go. Okay. Das ist eine mutige, mutig kriminelle Einstellung. Kann ich nicht mal machen. Mutig kriminelle Einstellung. Ja, was, wohnen die auch so nah am Wald? Da musst du doch damit rechnen, dass irgendwie Gefängnisinteressen ausbrechen. Und, äh, dich halt, dich halt umbringen, so. Weißt du, was ich meine? Du darfst entscheiden. Boah. Eigentlich hat das Paar nichts gemacht, ne? Achso, ja. Okay. Was sind das für Selbstmordcops? Oh, entkommen. Das nehmen wir mal. Ging da an der soliden Lösung. Dieses langsame Paddelboot. Auf diesem sehr langsamen, sehr übersichtlichen Fluss. Da kriegen sie uns nie. Ich fahre jetzt so mit 3, Karma. Fahren wir so weg. Mhm, 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 mhm. Ich hab ganz, ich hab... Zieh rum, zieh rum, zieh rum. Oh Gott, oh Gott. Ich drück so schnell ich kann. Oh mein Gott. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Welche Kuppel neben mir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott, jetzt rückwärts. Rückwärts. Das soll doch funktionieren. Oh mein Gott. Oh. Ja, das war ein richtig guter Spawnpunkt. Kann man nichts sagen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war ein richtig guter Spawnpunkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020